bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulihi al karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dass da wir uns jetzt alhamdulillah in dem gesegneten heiligen monat ramadan befinden in dem monat des fastens ist es auch sehr wichtig für uns dass wir einige lehren daraus ziehen beziehungsweise einige regeln lernen die bezüglich des fastenbrechens bezüglich den dingen die man vermeiden muss und so weiter worauf ich heute eingehen will ist wann darf man das fastenbrechen ohne eine sünde zu begehen denn man muss wissen dass es eine große sünde ist für einen muslim der zu denjenigen gehört für die es pflicht ist zu fasten dass er das fasten bricht es sei denn er gehört zu den leuten die einen bestimmten grund haben der ihnen das fastenbrechen erlaubt zum beispiel zu essen zu trinken und so weiter ich werde mich hauptsächlich an das buch halten und das ist vom das ist im mädchen handballi das heißt der oder wie schare bisher hiel und da für fiki imam ist und mit dem handball ist ja und dieses buch ist eines der wichtigsten bücher oder eines der bücher was sehr gerne im handballi mit gelehrt wird und ich wollte einfach hier aus diese axel diese gruppe speziellen gruppen dieses fastenbrechen dürfen erwähnen warum mache ich das auch weil ich weiß dass es leider bei vielen leuten da große missverständnisse gibt manche sagen auch hier ich arbeite ja dann kann ich einfach das fastenbrechen ich habe zum beispiel ein freund von mir da hat das fasten gebrochen damals wegen weil er boxt ja weil er boxer ist und hat dann gesagt ja er hat dafür das geld dann ein bestimmtes islamisches land geschickt weil sein imam von der moschee gesagt das kann man machen und das ist einfach falsch das ist verboten man darf das fast nur zu bestimmten gründen brechen und dann ist es auch falsch in diesem fall dass man sagt ich kann dafür das geld dann einfach irgendwo hinschicken und leute dafür speisen denn leute speisen ist eine sache was nur die machen können die beispielsweise eine krankheit haben die es ihnen erlaubt das fasten zu brechen zum beispiel eine bestimmte art von diabetes oder eine bestimmte krankheit wo er darauf angewiesen ist täglich medikamente zu nehmen und diese krankheit hat keine aussicht auf heilung in diesem fall ist es ihm erlaubt weil er diese die tage nicht nach fasten kann dass er für die tage wie er normale befassen müsste ein armen speist aber auf keinen fall ist dies erlaubt wenn man die möglichkeit hat danach nachzufassen also haben wir in diesem fall von diesem möchte gern imam haben wir schon 22 fehler die er gemacht hat den einen in einem urteil im ersten fehler er hat ihm erlaubt das fasten zu brechen und derjenige hat eine große sünde damit begangen und zweitens er hat ihm die falsche möglichkeit gegeben beziehungsweise den falschen weg gezeigt wie er diesen dieses nicht diesen nicht gefassten tag nach holt nämlich er hat ihm gesagt er muss dafür nur das geld in einem bestimmten islamischen land schicken dass die leute dort halt speise und nahrung also nahrung dafür bekommen eine bestimmte mahlzeit bekommen und er hätte normalerweise diese tage nachfassen müssen hier in dem buch steht das heißt das fitter dass das fasten brechen ist für vier verschiedene gruppen ist es erlaubt das heißt eine davon also die erste gruppe der kranke der durch seine krankheit schaden kriegen können das heißt wenn er weiter fast kann es sein dass diese krankheit sehr schlimm wird und dass seinen schaden dadurch dadurch bekommt was wäre jetzt zum beispiel nicht hier drin zum beispiel schnupfen also schnupfen könnte jetzt keiner sagen ja okay ich habe schnupfen dann breche ich jetzt das fast nur jemand sagt schon fußbild dann ja okay ich bin ja krank sondern mit der krankheit ist hier derjenige gemeint der durch das weiter fasten durch das weiter fasten könnte sich seine krankheit halt verschlimmern ja also dieses der kranke der durch sein weiter fasten hat einen schaden erlangen würde ja beziehungsweise ich krankheit würde sich verschlimmern oder würde gar sterben wäre sogar verboten für ihn weiterzufassen dann dazu gehört auch der reisende für den es erlaubt ist das gebet zu kürzen und das gebet zu kürzen ist erlaubt ab 81 kilometer und 17 meter genau das ist nach den märkten maliki schäferi und handballi beim hanaf sie sagen dass ab 90 kilometer ist wie sind diese leute darauf gekommen diese großen gelehrten sie haben einfach die strecken ausgerechnet wo diese habe das heißt die gefährten des propheten salam ihr gebet gekürzt haben es gibt auch einige gelehrte vor allen dingen der heutigen zeit die sagen eine man darf das gebet kürzen beziehungsweise das fastenbrechen wenn man auf einer reise ist und man ist auf einer reise nicht ab 81 km und 17 metern sondern sobald man die nie hat dass das für einen in seinem gefühl eine reise ist aber ich sage natürlich dass man besser auf nummer sicher gehen sollte und man sagt ab 81 kilometer heißt das jetzt ich darf erst wenn ich in 81 kilometer gereist bin das fasten brechen oder heißt das sobald ich die reise angetreten habe das bedeutet sobald man aus dem ort in dem man wohnt raus ist sobald man die mauern bzw die gebäude des ortes hinter sich lässt ist es dann erlaubt das fasten zu brechen genauso ist mit der mit dem mit dem kürzen des gebetes also ich habe zum beispiel vor 300 kilometer zu reisen aber sobald ich nehmen wir mal nicht ich gehe ich fahre um 13 uhr los und komme dann um 13 20 am an meinem ort raus bin aus dem ort raus und um 13 30 kommt das würde gebet das mittagsgebet in diesem moment kann ich das gebet kürzen kann ich an kann ich beten kann das gebet kürzen und mit asa zusammen beten obwohl ich jetzt noch nicht 81 kilometer gereist bin aber es geht nicht um die 81 kilometer sondern es geht darum dass man vor hat eine strecke zu reisen die mindestens 81 kilometer und 17 meter ist und sobald man aus dem ort raus ist ist man auf der reise und wenn das gebiet dann kommen würde dürfte man schon kürzen dementsprechend ist es dann auch erlaubt dass man als reisender das gebet kürzt sobald man aus dem ort rauskommt und man muss aber vorhaben dass man mindestens ein 80 kilometer und 17 meter weit reist dann sollte ich weiter und das fasten berechen ist für diese zwei kategorien besser und sie müssen dann dieses fasten nachholen und wenn sie es aber doch fasten das heißt wenn sie auf der reise sind oder wenn sie krank sind sie fasten trotzdem dann gilt das fassen sie müssen es nicht also dann dann gilt es für sie und sie müssen es nicht nachfassen beispielsweise es gibt es gab einen madhab der hieß und die haben gesagt wenn jemand fastet oder auf der wenn jemand auf der reise so krank ist er darf gar nicht fasten weil allah subhanahu wa ta'ala sagt ja wenn ihr krank seid oder auf der reise dann eine anzahl anderer tage aber die sunnah des propheten salam erklärt immer ganz genau die regeln und wir haben ein hadith wo der prophet auf der reise ist und fastet und dann das fasten bricht und das zeigt uns dass es erlaubt ist trotzdem zu fasten und dass das fasten dann auch gilt weil er hat nicht danach befohlen das fasten nachzuholen jetzt ist die frage was ist denn für denjenigen jetzt besser der auf der reise ist ist es besser für ihn zu fasten oder ist es besser für ihn das fasten zu brechen und es nachher nachzuholen hier müssen wir einige details beachten als erstes inwieweit ist die reise bzw die krankheit schwer für ihn wir sagen wenn es wenn die reise ganz leicht ist dann ist es besser für ihn zu fast zu fasten und wenn die reise schwer wird das heißt dass sie dadurch wirklich eine große anstrengung hat durch die reise sehr schwer wird dann ist es für ihn besser das fasten zu brechen und wenn es so ist dass er dadurch schaden erlangen kann dann ist es für ihn sogar verboten weiter zu fasten was ist der beweis dafür übrigens im handball im web wird absolut gesagt also wird von vornherein gesagt dass das fasten brechen für denjenigen der auf der reise ist schwer ist also da wird nicht darauf geachtet ob die reise schwer ist oder nicht aber wir sagen in diesem fall ist die meinung von anderen mit der hip stärker und ich meine in jedem fall ist es fast gültig das ist ja dann sowieso keine frage und auf aus welchem grund und hier sollte man einfach mal überlegen sich richtig gedanken machen über diesen hadith es gibt den hadith dass der hadith 1114 in sahen muslim also ist sahe da wird von jabe bin abdullah das einer von denen die die meisten hadith überliefert haben berichtet dass der prophet in im ramadan nach mekka gegangen ist in dem jahr der eröffnung in dem jahr als mekka erobert wurde und er und die leute die mit ihm waren ja die fasten fasten bis kura al-rahmim kura 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 al-rahmim bis zu einer stadt also kura 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 er amigo ist dort schon haben sie kura rame bis zu diesem ort haben sie also gefastet und dann hat er nach einer glas wasser um ein glas wasser gebeten und hat dieses glas wasser hoch gehoben hat demonstrativ getrunken warum man die menschen es hat auch die menschen haben gesagt dass es fast unheimlich schwer ist und es war anstrengend für sie gewesen und deswegen hat er jetzt demonstrativ dieses Wasser genommen und hat getrunken. Und dann wurde ihm nachher gesagt, dass einige Leute weiter gefastet haben. Und dann hat er gesagt, dies sind die Ungehorsamen, dies sind die Ungehorsamen. Was zeigt uns das jetzt? Das zeigt uns, dass der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, auf die Reise gegangen ist und das ist im Ramadan und dass er gefastet hat. Das heißt, wäre es von vornherein besser gewesen, nicht zu fasten, dann hätte der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, das klar gemacht. Aber er hat dadurch gezeigt, dass es eigentlich besser ist zu fasten auf der Reise. Es sei denn, dass es so schwer wird und dann bricht er das Fasten. Oder hat das Fasten gebrochen. Daraufhin gab es einige, die weiter gefastet haben, weil es so schwer war weiter zu fasten, hat er so gesagt, dies sind die Ungehorsamen. Was darauf zeigt, dass es in ganz schwierigen Fällen sogar verboten ist zu fasten. Jetzt kommen einige Leute natürlich darauf und sagen, ja okay, wie ist das heute mit der Reise? Wir sind vielleicht mit dem Auto, früher hatten wir einen Kamel. Wir sagen dazu nur, früher gab es auch, sind Leute zu Fuß auf die Reise gegangen oder mit dem Kamel oder mit dem Pferd. Und der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht gesagt, wenn ihr mit dem Auto fahrt, wenn ihr mit dem Kamel seid, dann sind es so und so viele Kilometer. Oder wenn ihr mit dem Pferd fahrt, dann sind es so und so viele Kilometer. Und auch die Sahaba haben das nicht gesagt. Deswegen, es ist eine Erleichterung für uns bis zum jüngsten Tag, egal ob wir mit dem Auto fahren oder mit dem Flugzeug, sobald die Strecke 81 Kilometer und 17 Meter ist, kann man das fasten brechen. Heutzutage ist es beispielsweise auch so, wir wissen, wenn wir Auto fahren, dass es auch sehr gefährlich sein kann, wenn man nichts zu sich nimmt, zum Beispiel nicht isst und nicht trinkt. Es kann beispielsweise sein, dass man dadurch dann einschläft, einen Sekundenschlaf bekommt und dadurch vielleicht etwas passiert. Das nur dazu. Jetzt kommt die nächste Kategorie. Das war die erste Kategorie. Wir haben gesagt, es gibt vier Kategorien. Zu der ersten Kategorie gehörten zwei Kategorien, also zwei Gruppen gehörten zur ersten Kategorie. Der Kranke, der dadurch Schaden erlangen kann, also nicht der, um das nochmal zu wiederholen, nicht der, der Schnupfen hat oder Fußpilz. Und der Reisende, der auf der Reise ist. So, jetzt haben wir die zweite Gruppe. Das sind die Frauen, die Haid und Nif... die Haid haben, Haid haben, das heißt die Periode, oder Nifes. Nifes beispielsweise nach der Geburt, dass sie zum Beispiel eine längere Zeit eine Blutung hat. Und diese zwei sind dazu verpflichtet, das Fasten zu brechen. Sie brechen das Fasten und wenn sie fasten würden, das Fasten würde nicht für sie gelten. Also im Gegensatz zu dem Kranken und zu dem Fastenden, wenn er fastet, das Fasten gilt, er muss das nicht nachholen, aber die, die die Haid haben, also ihre Tage, ihre Periode haben, beziehungsweise ihre Nachblutung, ihre Nachblutung haben von der Geburt, selbst wenn sie diesen Tag fasten, der Tag würde nicht für sie gezählt werden, sie müssen diesen Tag nachholen. Die nächste Gruppe, die dritte Gruppe, die dritte Gruppe, der es erlaubt ist, das Fasten zu brechen, sind die Schwangeren und die stillenden Frauen. Die Schwangeren und die stillenden Frauen. Sie dürfen das Fasten brechen, unter der Bedingung, dass sie Angst haben um ihre Gesundheit oder um die Gesundheit des Kindes. Also um ihre Gesundheit oder um die Gesundheit des Kindes. Aber wenn sie fasten, dann gilt das Fasten. Also im Gegensatz zu denjenigen, die die Periode haben oder die Nachblutungen von der Geburt. Die nächste Gruppe ist, oder erstmal zu den Schwangeren und den bruststillenden Frauen. Wie ist hier jetzt nun die Regel? Da haben die Gelehrten unterschiedliche Meinungen. Wir haben bei den ersten Gruppen, bei den Reisenden, bei den Kranken, der erwartet, wieder gesund zu werden, bei der Frau, die ihre Tage hat oder die Frau, die Nachblutungen hat. Für die gilt es alle, sie müssen dieses Fasten nachholen bis zum nächsten Ramadan. Also sie können nicht hingehen und sagen, ach ja, okay, das gefällt mir, ich gebe jetzt Geld dafür aus. Warum? Weil Allah, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, im Koran sagt, das ist in Surah 2, Vers 182 der Vers. Das heißt, und die, die krank sind und auf der Reise, so obliegt ihnen eine Anzahl anderer Tage. Also andere Tage, das heißt Tage, die nicht im Ramadan liegen. So, jetzt die Frau, die schwanger ist oder Haid, die haben die Gelehrten gesagt vom Hanbali Madhab, wenn sie das Fasten bricht, weil sie Angst um sich selber hat, dann muss sie den Tag nur nachfasten. Aber wenn sie das Fasten bricht, weil sie Angst hat um das Kind, dann muss sie den Tag nachfasten und sie muss pro Tag einen Armen speisen. Das ist das, was der Hanbali Madhab in dieser Fragestellung gesagt hat. Jetzt kommt die vierte Kategorie, das ist der Aajiz Anesiyem, Likibur, Aumarat, das heißt, der, der unfähig ist zu fasten, sei es aufgrund vom hohen Alter oder aufgrund einer Krankheit. Jetzt wird sich vielleicht jemand wundern und sagen, ja wie Krankheit, wir haben doch eben Krankheit gehabt, wir haben eben gesagt, wenn der krank ist und Schaden dadurch erlangt. Ja, jetzt ist eine andere Krankheit damit gemeint, jetzt ist eine ständige Krankheit, wo der Betreffende nicht in Aussicht steht, davon geheilt zu werden. Zum Beispiel Diabetes. Er muss eine bestimmte Medizin am Tag nehmen und es würde ihm Schaden zufügen, wenn er diese Medizin nicht nimmt oder jemand, der eine andere Krankheit hat oder jemand, der durch sein Alter, altersbedingt nicht in der Lage ist zu fasten, der einfach zu schwach ist, der Schaden nehmen würde. Es ist nicht von ihm zu erwarten, dass er nochmal jung wird. Das heißt, in diesem Fall muss er für diese Tage, die er hat, die er nicht gefastet hat, jeweils einen Armen speisen. Jetzt kommt die nächste Frage, was bricht das Fasten überhaupt? Ich werde heute nicht so intensiv darauf eingehen, ich werde das ein anderes Mal noch erklären. Das erste, was natürlich das Fasten bricht, ist Essen, Trinken, Schnupftabak nehmen. Das ist übrigens jetzt von dem Buch Saad el-Mustakhne, das ist auch ein Buch im Hanbali-Medweb. Essen, Trinken, Schnupftabak nehmen, dann Zäpfchen, das heißt eine Medizin, die durch den After eingenommen wird, dann wer Höll drauf macht und das gelangt in seinen Hals rein, weil es kann manchmal durch die Augen in den Hals reingehen, oder alles, was in das Innere des Körpers reingeht von irgendeinem Eingang. Hier wird dann auch der Eingang, der durch die Blase geht, der wird hier ausgenommen. Dann, dass man bricht, absichtlich bricht, nicht jemand, der einfach bricht, weil er sich übergeben muss, sondern jemand, der den Finger beispielsweise in den Hals steckt. Dann, wer sich dazu führt, zu ejakulieren, das heißt Masturbation, dann wer zum Beispiel mit seiner Frau so verkehrt, aber er macht keinen Geschlechtsverkehr, sondern er küsst sie und so weiter und es kommt dadurch zur Ejakulation oder es kommt dazu, dass er diesen Mevi hat, weil wir haben Menni, Mevi und Wadi. Wir haben Menni, das ist das, was bei der Ejakulation, bei dem Orgasmus rauskommt, dann diesen Mevi, das ist etwas, was davor rauskommt durch Lustgefühle. Dies bricht auch das Fasten und dann haben wir Wadi, das ist, was nach dem Urinieren rauskommen kann, das bricht natürlich nicht das Fasten und dann, was auch das Fasten brechen würde, also die haben immer, und das ist das Gute bei den Medheb, die haben immer sehr viele verschiedene Fragestellungen behandelt, auch so Fragestellen, die eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Es steht dann zum Beispiel, wenn jemand den Blick, das heißt, den Blick auf eine Frau wiederholt und dadurch beispielsweise würde es zu Mevi kommen, also dass diese Lusttröpfchen rauskommt oder gerade zur Ejakulation. Dann die nächste Sache ist, derjenige, der Hijama macht oder Hijama mit sich machen lässt, das ist sehr speziell im Hanbali Medheb so, ja. Diese Sachen würden also das Fasten brechen. Jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Kategorien, was ist mit demjenigen, der diese Sachen macht, was muss er tun? Wir haben schon gesagt, derjenige von den vier Kategorien, die wir eben genannt haben, das heißt, der Reisende, der Kranke, der Reisende und der Kranke, das heißt, die, die die Periode hat und Nachblutung von der Schwangerschaft, dann natürlich die Schwangere und die Bruststillende und diejenigen, die eine Krankheit haben beziehungsweise ein hohes Alter erreicht haben und nicht erwarten, dass dieser Zustand sich nochmal bei ihnen ändert. Wir haben gesagt, für die ist es erlaubt, das Fasten zu brechen. Das heißt, wenn sie das Fasten brechen, sie haben keine Sünde. Jemand, der außerhalb dieser vier Gründe das Fasten bricht, das heißt, er isst, er trinkt und so weiter und er macht dies bei vollem Bewusstsein, das heißt, er ist nicht, oder sagen wir, er macht dies, obwohl er sich bewusst ist, dass er das Fasten bricht, weil wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn einer vergisst und trinkt, wenn einer vergisst und trinkt, er hat keine Sünde gemacht, er kann das Fasten einfach weiter fortsetzen und das Fasten gilt für ihn. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt in einem Hadith, men nasya wa wasaim, wer vergisst und er ist am Fasten, faakala au shariba, fel yutimma sawma, also wer vergisst, während er fastet und er isst und trinkt, der soll sein Fasten weiter fortführen, fa innama ad'amahu Allah wa sakaahu, denn Allah, subhanahu wa ta'ala, hat ihm Speise gegeben und trank. Und hierbei ist es egal, ob er ein bisschen ist oder ob er eine ganze Platte leer ist, wenn er es vergessen hat, ist dies, trotzdem ist das Fasten gültig. Und da gibt es witzige Geschichten, eine witzige Geschichte von jemand, der dreimal am Tag vergessen hat, dass er am Fasten ist und konnte dann weiter essen. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, hat ihm dann einen Sadaqa gegeben und immer nach dem Essen fiel ihm dann ein, dass er also eigentlich am Fasten ist und hat das immer vergessen, hat dann weiter gefastet. Ja. So. Jetzt, und was noch eine andere Sache wäre, was das Fasten nicht brechen würde, wäre, wenn jemand gezwungen wird, ja, wenn jemand gezwungen wird, etwas zu essen. Aber Zwang bedeutet hier nicht, da sagt jemand, komm, ess jetzt was, ja, sondern Zwang bedeutet in diesem Fall, oder ich nehme dir die Arbeit ab, wenn du nicht fastest, sondern wirklich, dass man wirklich mit Gewalt dazu gezwungen wird, etwas zu essen, ja. Und das Fasten wird zum Beispiel nicht gebrochen, wenn eine Fliege in den Hals fliegt, weil, wie gesagt, man kann ja gar nichts dazu, oder Staub, der in den Hals fliegt, aber man kann nichts dafür. Oder wenn jemand überlegt, zum Beispiel jemand denkt an eine Frau und es kommt etwas bei ihm raus, dann muss er auch das Fasten nicht wiederholen. Oder wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn jemand einen, sich tagsüber hinlegt und er hat einen feuchten Traum, dann muss er das Fasten auch nicht wiederholen, weil, und er hat auch keine Sünde gemacht, sondern das Fasten ist gültig, weil er kann sich ja gar nicht kontrollieren, wenn er, wenn er, wenn er halt, wenn er am Schlafen ist. Dann die nächste Sache ist, beim Wudu machen, der Prophet Zasum hat empfohlen, dass man natürlich nicht so stark dann das macht, normalerweise soll man etwas übertreiben, aber hier dann eben weniger machen, weil im Hanbali-Medhab ist es Pflicht, Mund und Nase auszuspülen. Ja, das gehört mit zum Gesicht. Wenn man das nun macht und es kommt etwas in den Hals, dann bringt es den, dann macht es das Fasten nicht kaputt, weil man es unabsichtlich gemacht hat. Ja, man hat es unabsichtlich gemacht. Und jetzt, wenn jemand Zweifel daran hat, ob der Fezor gekommen ist, zum Beispiel morgens, er hat Zweifel, ob es ein Fezor ist, ja, dann gilt sein Fasten auch weiter. Und wenn er Zweifel hat, ob die Sonne untergegangen ist, dann ist sein Fasten gebrochen. Denn in diesem Fall, die Ebäder muss immer auf festem Wissen, auf Gewissheit basieren. Ja, und es gibt eine Regel im Fiktilai, das, was gewiss ist, geht durch den Zweifel nicht verloren, wird durch den Zweifel nicht zunichte gemacht. Das heißt, dieser Mensch ist sich nun sicher, ja, er steht eigentlich im Fezor, noch vor Fezor, in der Nacht, und er hat Zweifel, ob die Sonne, ob es schon das Morgenrauen eingesetzt hat. In diesem Fall ist er noch in dem Zustand, in dem er war. Aber wenn man Zweifel hat, ob die Sonne untergegangen ist, dann ist man noch im Zustand, und man darf nicht essen. Dann ist man noch im Zustand, dass man nicht essen darf. Und man muss sich erst vergewissern, dann ist die Sonne wirklich, ist die Sonne wirklich schon untergegangen. Also wenn, nochmal um das zu wiederholen, damit man so auch hängen bleibt, wenn jemand morgens Zweifel hat, ob die Sonne schon, ob der, das Morgengrauen schon angefangen hat, und er isst oder trinkt noch etwas, und stellt nachher fest, das Morgengrauen hat schon eingesetzt, das Fasten von ihm ist gültig. Aber wenn jemand abends Zweifel hat, ob die Sonne untergegangen ist, Zweifel, ob die Sonne untergegangen ist, ob Maghreb-Gebet eingesetzt hat, und er isst, dann muss er dieses Fasten nachholen. In all diesen Fällen, wie gesagt, muss er das Fasten nachholen. In all diesen Fällen muss er das Fasten nachholen. Jetzt gibt es einen Spezialfall, und das ist, wenn jemand tagsüber mit seiner Frau schläft, beziehungsweise eine Frau schläft mit ihrem Mann. Was ist dann? In diesem Fall muss er diesen Tag nachholen, und er hat auch noch eine Kafara zu leisten, und das ist als allererstes, ich meine, den Fall haben wir heute nicht mehr, dass er einen Sklaven freilässt. Wenn er das nicht kann, dann muss er 60 Tage hintereinander fasten. 60 Tage hintereinander fasten. Wenn er einen Tag bricht, ohne einen bestimmten Grund gehabt zu haben, wie zum Beispiel Reise oder Krankheit, ja, dann muss er nochmal von neu anfangen, weil die 60 Tage müssen hintereinander sein. Und wenn er das nicht kann, wenn er das nicht kann, dann muss er für jeden Tag einen Armen speisen. Wie gesagt, mit einer Mahlzeit, die im Urf, die in der Sitte, eine normale Mahlzeit ist für die Leute in dem Land, wo man gerade ist. Jetzt, oder in dem Land vielmehr, wo man den Armen dann speist. Jetzt ist die Frage natürlich, jetzt fragt sich vielleicht jemand, was ist jetzt, wenn jemand mit seiner Frau zweimal am Tag schläft? Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber die stärkste Meinung ist, wenn jemand mit seiner Frau schläft, zweimal am Tag, sein Fasten, dieser Tag ist sowieso schon zunichte gemacht, und deswegen muss er nur 60 Tage nachfasten, beziehungsweise die Kategorien, die ich genannt habe. Wenn jemand allerdings montags mit seiner Frau, während des Fastens, also tagsüber schläft, dienstags nochmal, dann muss er die ganze Sache, dann muss er das Ganze zweimal machen. Jetzt fragt sich sicherlich jemand, ja was ist, wenn jemand auf die Reise geht, und mit seiner Frau beispielsweise, ja, und, also man sieht wirklich, dass sehr viel beantwortet worden ist, in diesen ganzen, in den Medehib, in den Rechtsschulen. Was ist jetzt, wenn jemand auf die Reise geht, und er wollte eigentlich fasten, und schläft dann mit seiner Frau? Hat er also durch das, durch das mit seiner Frau schlafen, das Fasten gebrochen, beziehungsweise mit ihrem Mann? In diesem Fall ist es so, dass das Fasten, dass er diese Gefahr da nicht zu leisten hat, denn es war ja für ihn erlaubt, das Fasten zu brechen. So jetzt, was ist, wenn jemand krank ist, und schläft dann mit seiner Frau? Was ist dann? In diesem Fall ist es genau dasselbe, denn er ist schon in der Kategorie, die das Fasten brechen dürfen. Und wenn er sich dann anders überlegt, hat angefangen zu fasten, und sagt dann, ach ja, ich will mit meiner Frau schlafen, in diesem Fall ist es für ihn, ist es für ihn erlaubt. Jetzt wird sich natürlich jemand fragen, was ist, wenn jemand beispielsweise, mit einer, also etwas macht, und er macht Sina, also Unzucht dabei. In diesem Fall ist es genau dasselbe, nur er hat natürlich noch eine größere Sünde dabei, weil er auch noch Sina, das heißt Unzucht begangen hat. So, wenn er dies nach dem Ramadan macht, ja, wenn er dies nach dem Ramadan macht, zum Beispiel, während er den Ramadan nachholt, dann muss er halt noch mal neu anfangen, diesen Ramadan nachzuholen, aber diese Strafe dafür, die gilt nur speziell für den Ramadan. So, dann fragt sich jemand, ja, okay, was ist, wenn er mit der Frau schläft, und er ejakuliert nicht, ja, in diesem Fall, trotz alledem, sobald er, sobald, sobald er eingedrungen ist, es spielt keine Rolle, ob er ejakuliert hat, oder nicht, muss er das, muss er diese Strafe, das heißt, diese 60 Tage Fasten, beziehungsweise 60 Amtspeisen. Was ist bei Ejakulation außerhalb des Beischlafs? Zum Beispiel Masturbation oder ähnliches. In diesem Fall, in diesem Fall ist es so, dass er halt nur für diesen Tag nachfassen muss, und nicht diese Kafara, diese Strafe, noch dazu leisten muss. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass ein Mann zum Propheten, s.a.w. kam und sagt zu ihm, Halaktu, also ich bin vernichtet nach dem Mord, ich bin zerstört. Und der Prophet, s.a.w. sagt zu ihm, was hat dich zerstört? Und dann hat er ihm gesagt, dass er mit seiner Frau im Ramadan geschlafen hat, wo er am Fasten war. So, und dann hat der Prophet, s.a.w. mit ihm gesagt, hast du einen Sklaven, den du freilassen kannst? Er sagte, nein. Dann sagt er zu ihm, kannst du zwei Monate durchgehend hintereinander fassen? Er sagte, nein. Dann sagt er, kannst du 60 Arme speisen? Er sagte, nein. Und daraus wird dann klar, dass derjenige, der das alles nicht machen kann, dass er halt da eben nur Reue zeigen muss, Reue machen muss für diese ganze Sache. Der also so arm ist, dass er auch keinen speisen kann und nichts machen kann. Wie ist es nun für die Frau? Die Antwort ist, für die Frau gilt genau das Gleiche. Sie muss auch das Fasten nachholen und für diesen Tag ihre Strafe absitzen, sozusagen. Jetzt die nächste, jetzt die nächste Frage ist, die oft gestellt wird, was ist denn jetzt, wenn jemand im Ramadan mit seiner Frau schläft, aber er wusste nicht, dass es dafür die Strafe gibt. Und dies ist ein sehr schönes Beispiel dafür, auch für andere Fälle, wie zum Beispiel verschiedene Strafen, die in islamischen Ländern angewandt werden sollen. Sobald jemand weiß, dass eine Sache verboten ist und er sie macht, dann spielt es keine Rolle, ob er weiß, dass diese Sünde eine bestimmte Strafe nach sich zieht. Denn dieser Mann sagt auch, ich bin vernichtet. Das heißt, er wusste, dass im Ramadan mit der Frau zu schlafen, dass dies verboten ist. Aber er wusste nicht, welche Strafe er dafür, sagen wir mal, auf gut Deutsch zahlen musste. Dass er zwei Monate fast muss, das wusste er nicht. Aber er war trotzdem dazu verpflichtet, dies zu tun. Das heißt, auch in anderen Fällen, wenn jetzt zum Beispiel jemand weiß, dass Sina verboten ist und er macht es trotzdem, aber er wusste nicht, dass es dafür beispielsweise 100 Peitschenhiebe gibt, dann wäre das in einem islamischen Land trotz alledem so, dass er dafür die Strafe kriegen würde. Das ist nur so, als vielleicht interessant für jemanden, der sich da weiter vertiefen will. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, derjenige, der auf der Reise ist, der kann das sowieso machen. Wir haben schon gesagt, hat derjenige, der zweimal am Tag Beischlaf durchführt, dass er nur einmal, zweimal an einem, wenn er zweimal an einem Tag Beischlaf durchführt, dass er nur einmal diese Kafara durchführen muss. So, jetzt ist die Frage, was ist, wenn jemand, was ist, wenn jemand von der Reise kommt, jemand kommt von der Reise und schläft dann mit seiner Frau? Was ist dann? Ja, weil er hat ja schon die Erlaubnis gehabt, das Fasten zu brechen. Oder er hat das Fasten vorher gebrochen. Der Medab Hanbali sagt, er muss dann diese Kafara, diese Strafe auch machen. Warum? Weil sobald er zu Hause angekommen ist, ist es für ihn Pflicht, weiter, also auch dann durchzufassen, auch wenn der Tag für ihn nicht gilt. Allerdings andere Gelehrte sagen, nein, und sie gehen auf das Kaul von Abdullah ibn Mas'ud zurück, der gesagt hat, men aftara awwelen nahar, fel yuftir achara, achira. also wer den, wer den, wer den, achira hu, also wer den, wer den, am Anfang des Tages das Fasten bricht, der kann auch am Ende des, des Tages das Fasten brechen. Und das ist inshallah die stärkste Meinung, dass derjenige, der von der Reise kommt, und hat das Fasten in die Besuchung gebrochen, dass er dann auch, wenn er mit seiner Frau schläft, dass das kein Problem für es ist. Und jetzt natürlich die Frage, was ist, wenn jemand mit seiner Frau schläft und dann auf die Reise geht? Er schläft mit seiner Frau und geht, in diesem Fall ist es nicht für ihn erlaubt und er muss diese Kafara bezahlen, denn er war, er hatte noch keinen Grund gehabt, das Fasten zu brechen. Und der Hadith von Ibn Mas'ud, der den Anfang des Tages das Fasten bricht, kann auch das Ende, am Ende das Fasten brechen. Gilt für ihn nicht, weil er hat noch gar keine Ausrede gehabt, beziehungsweise keine Entschuldigung gehabt, das Fasten zu brechen. Und wie gesagt, bei anderen Muftirat, die Muftirat sind die Dinge, die das Fasten brechen, ist es eben so, dass er diesen Tag halt nur nachholen muss. Dann versuche ich noch kurz, einige andere Regeln zu erwähnen, die vielleicht sehr wichtig sind. Was also im Ramadan Makru ist, was man nicht machen sollte. Zum Beispiel, wenn jemand Spucke im Mund sammelt und schluckt die Spucke, dann ist das für ihn Makru. In diesem Fall wird das Fasten nicht gebraucht. Was für ihn Makru, was für ihn Haram wäre, und wird das Fast brechen, wenn er spuckt, und diese Spucke geht so halb aus seinem Mund raus, bleibt vielleicht hier hängen, und dann tut die dann wieder rein und schluckt die. In diesem Moment ist das Fasten, wie gesagt, es werden alle möglichen Sachen erwähnt, vor allen Dingen in den Rechtsschulen. In diesem Fall würde es das Fasten von ihm brechen. Auch Schleim, Schleim ist auch, dass das Fasten bricht, im Gegensatz zur Spucke, zur normalen Spucke. Dann natürlich, wenn jemand Blut im Mund hat, dann muss er versuchen, dieses Blut auszuspucken. Also er darf nicht das Blut runterschlucken. Das ist sogar für denjenigen, der nicht fastet, Haram. Bei Allah sagt im Koran, Verboten ist es das Tote und das Blut. Deswegen das Blut darf man nicht runterschlucken. Wie zum Beispiel manche Leute, die haben eine Wunde, und dann machen die so, außerhalb des Ramadans, das ist auch alles verboten. Dann, was viele Leute natürlich fragen, ist, wann sollte man anfangen zu fasten? Korrekt ist, man sollte das Kind anfangen, das Fasten zu lernen, sobald es sieben Jahre alt ist. Genau wie mit dem Gebet, und mit zehn Jahren sollte man auch schon nachhelfen. Bei uns ist leider das Problem, dass die islamische Ziehung wirklich überhaupt nicht angewendet wird. Und dann wundert man sich nachher, dass das Kind dann auch nichts von der Religion praktiziert. Pflicht wird es allerdings erst mit der Geschlechtsreife, mit der Geschlechtsreife wird es dann Pflicht, dass sie halt da, dass man dann da halt fassen muss. Die nächste Frage ist natürlich, die sich ergibt, was ist, wenn jemand Parfüm im Ramadan dran hat? Das ist kein Problem. Parfüm kann man ruhig im Ramadan tragen. Man kann ruhig Parfüm drauf tun, weil es gibt einige Leute, die denken, das würde das Fasten brechen, aber das ist falsch, dass das Parfüm das Fasten brechen würde. Einige Leute fragen, womit ist es zu, das Fasten zu brechen? Also was heißt, wenn der Sonnenuntergang gekommen ist? Als allererstes sollte man das Fasten brechen mit Rotab, das heißt frische Datteln, als nächstes mit trockenen, normalen Datteln und das dritte wäre mit Wasser, das ist die Sunna. Dann, was auch erlaubt ist, was auch erlaubt ist, ist seine Frau zu küssen, beziehungsweise sie zu umarmen und so weiter, das ist alles erlaubt. Es ist allerdings Makru für denjenigen, der Angst hat, dass es bei ihm dann also stark zu Gelüsten kommt, wo er sich kaum zurückhalten kann. Und bei den Küssen gibt es drei verschiedene Arten von Küssen. Also einmal diese Küsse, die absolut nichts mit Chahua oder so zu tun haben. Chahua heißt Gelüste, zum Beispiel, wenn jemand seine Kinder küsst oder seine Mutter küsst oder seine Schwester Kuss gibt ja auf die Backe, das hat absolut nichts mit, da ist absolut kein Problem. Die zweite Art von Küsse wäre das, wo man eventuell Angst haben könnte, dass es dazu kommt, dass man Gelüste bekommt und Angst haben könnte, also dass man auf diese Art küsst, dass vielleicht dieser Mävi, also diese Lusttropfen, wie es auf dem deutschen genannt wird, rauskommt. In diesem Fall ist es natürlich sehr gefährlich und da sollte man von Abstand nehmen.